Hallo, ich bin Martin Stolbe. Ich mache hier beim Unisport das Fitnessboxen. Ich bin selber dazu gekommen als Teilnehmer. Das heißt, ich habe selber als Teilnehmer im Kurs angefangen. Und irgendwann hat sich dann mal die Gelegenheit ergeben, dass ich dann selber als Kursleiter vom Kurs stehen kann. Und seitdem mache ich das und macht auch Spaß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also ich habe schon immer einen Sportkurs gesucht, der auspowert, der Spaß macht. Also auch was mit Musik kombiniert, das macht super viel Spaß. Und ja, es ist einfach immer wieder abwechslungsreich. Wir machen Kraftübungen am Ende, am Boden. Oder auch Partnerübungen mit richtigen Boxen, vom Kickboxen oder vom Thai-Boxen. Das ist immer wieder schön aufs Neue. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. 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 Vielen Dank.